Ich habe ein richtig cooles Angebot für euch. Ihr habt Bock auf Evolving Skies für einen schmalen Taler. Ihr wisst, ich habe euch schon mal ein Produkt beraten, was Evolving Skies beinhaltet hat. Ich habe wieder eins für euch rausgesucht und gefunden sogar. Ihr müsst ein bisschen mehr zahlen als im letzten Video. Und zwar müsst ihr 7,50 Euro zahlen für einen Evolving Skies Booster. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall für die heutige Zeit sehr vertretbar und verkraftbar auch. Und zwar haben wir hier ein sehr, sehr cooles Produkt, welches ich euch natürlich gleich vorstellen werde. Ich habe sogar euch einen Shop rausgesucht. Ich mache für diesen Shop auch keine Werbung. Ich arbeite mit diesem Shop nicht zusammen. Es ist einfach nur eine Empfehlung von mir an euch, um euch was Gutes zu tun, um euch auch weiterhelfen zu können. Ich will euch sehr gerne Tipps und Tricks und ein paar News zeigen, um euch auch weiterzubringen und immer auf dem neuesten Stand zu halten. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, etwas an meine großartige Community zurückgeben zu können. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr natürlich diesen Kanal abonniert und liked. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also natürlich dieses Video einen Daumen nach oben geben, kostenlos abonnieren. Da würde ich mir sehr, sehr helfen. Und die motiviert mich damit auch immer weiterzumachen und immer euch so ein cooles Angebot daraus zu suchen. Weil das ist natürlich auch Zeit, die ich da reinstecke, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Aber genug geredet. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die Seite, die ich gefunden habe. Und die Seite heißt karttree.de. Und ihr müsst, ich zeige es euch einmal, Pokémon Back to School Eevee Eraser 2-Pack Blister eingeben. Und schon findet ihr das Angebot für 14,99. Das bedeutet, ihr kriegt zwei Booster. Eins ist natürlich Evolving Skies, welches ich euch auch angeteasert hatte. Ihr kriegt einen coolen Radiergummi dazu. So wie Astral Radiance oder Astral Radiance. Ist natürlich nicht so ein geiles Set. Aber ihr kriegt immerhin Evolving Skies. Umgerechnet zahlt ihr also für zwei Booster 15 Euro. Das bedeutet, pro Booster zahlt ihr 57 Euro. Aber wenn wir uns die heutigen Evolving Skies Preise mal anschauen, dann ist es ein sehr, sehr verkraftbarer Preis. Und ich finde es immer wichtig, Leuten auf jeden Fall auch für das kleine Geld, weil es ja auch um Kinder geht. Kinder zocken ja auch gern Pokémon, sammeln auch gerne Pokémon. Also ist es für jung und alt etwas, weil jeder kann sich ein Evolving Skies Produkt mit diesem coolen Tipp, wie ich finde, auf jeden Fall mal gönnen, ausprobieren, öffnen. Also ich kann einfach nur euch das wärmstens empfehlen. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein No-Brainer. Man sollte hier, wenn man Bock auf Evolving Skies hat, auf jeden Fall sich mal vielleicht den ein oder anderen Blister mal gönnen. Die anderen unter euch, die das gerne als Investment sehen möchten, können natürlich auch hier vor reingehen. Ich finde auf jeden Fall ist dieser Preis unschlagbar meiner Meinung nach. Sollte ich mehrere solche coolen Angebote oder solche Shops finden, dann werde ich sie natürlich hier kostenlos auf meinem Kanal euch zur Verfügung stellen. Weil ich finde, man sollte immer was seiner Community zurückgeben. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Tipp von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch so sehen würdet. Wie gesagt, ich halte euch immer auf den Laufenden sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir wenden das Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Fortinizer.